Und damit hallo und herzlichen Willkommen zurück bei... ...Visions of Mana. Ähm... Wir sind im K... ...im Kifferwald. Ne, keine Ahnung. Mir fällt kein Blödsinn dazu ein. Die ganze Umgebung ist in Plänen. Niemand kann das alles durchführen. Hm... Vielleicht ist das für das Beste. Wir wollen nicht Oren über uns schlafen. ...Unless he's the one that blocked it off? Val, I surrender. I don't know anything about growing plants. This foray is fascinating. Practically none of this flora was included in the almanacs of my adolescence. There's no getting around it. We have to ask the Elemental of Wood for help. Great idea! If the Elemental doesn't know what's wrong, no one will. I wanted to be the one to rub it in Julee's face when we found the answer. Sorry to disappoint you, Karina. But we haven't got the time to waste on fumbling around in the Undergrowth. Dryad is the Elemental of Wood, and well versed of these wilds. But who can say where we may find her? Wood that I knew. At times like these, it's best to ask the locals. Ugh, great. We gotta bother Julee again. Just what I need. Huh? It can't be. Buh. Hello again weary travelers! What a surprise! How did you get here? Don't you know there's a big old stock that reaches all the way up here? My sisters and I didn't want to waste this once in four years opportunity, so we climbed up. We figured now is the perfect chance to gather exotic ingredients like vertious nectar for flavorings and potions! Besides, this place has everything! Ancient forests, dangerous pilgrimages, mysterious Gaian explorers! What's not to like? Sounds like you three have a full itinerary. Wait a minute. Did you say Gaian explorers? Where did you see one of those? Oh! There was a dashing young adventurer of that description over by the tree. We saw him ahead of us. We did lose track of him though. Had the focus on keeping meow fruiting and all. Orin's on his way. Did you see a sproutling around here? Short, green, leafy? Nope. But I sure would love to meet a sproutling in the flesh. A bark? What was that? A terrifying cry, that's what! It came from the direction of Milo's woods. Someone might be in trouble! Could be Jule, or even Orin. Let's check it out! Oh, before Mew go, do Mew need to stock up on anything? Now's your chance! Anything Mew want, for a price! Grab the goods Mew need to save Mew friend! Don't get stingy now! Bye, bye, bye! They're the spitting image of father in miniature. That cry was coming from Milo's. We have to check it out! Check it out now. Screw your leisure! 5? Wow, hab ich nicht erst aufgestockt? I see him you have a happy doing business with you! Ich hab definitiv neun fächer gekauft, den ich kaum benutze, oder? I see him you have a happy doing business with you! I see him happy doing business with you! I see him happy doing business with you! I see him happy doing business with you! Verkaufen! Waffen! Kann ich das eigentlich sortieren? Egal. Alles was Geld bringt und kein A daneben hat. Das man diese ganzen Nuller-Dinger nicht weghauen kann. Komm zurück! So, was mit Rüstung? Willkommen! Ich hab ein Haufen Energie! Scheiß drauf! Ich hab einen Haufen Energie! Scheiß drauf! Hä, Geld mehr! Verkaufen! Rüstung! So. Also Oran ist am raufklettern gewesen. Hätten wir den Deppen unten nicht eigentlich, äh, den Fuzzis unten nicht sagen sollen, dass die den nicht durchgehen lassen sollen und wenn sie den Finten einfach fangen sollen? Wäre das nicht schlauer gewesen irgendwie? Oh nein! Oh, Tropicado! Kommt jetzt die Besichtung raus? Was machst du? Wir können das nicht schaffen. Statt zurück! Wir nennen das Kriter Grapplerwein. Es war zu stark für mich, um es zu verbreiten, wenn es nach der Börl entschieden hat. Beide auf! Es kommt für uns. Beide auf, alle! Ich bin gespannt, ob das Grinse-Gesicht oben rauskommt. Das war da, glaube ich, ein zweiter Rund. Wir müssen unsere Enemies, wie dieser. Oh. Richtig, Kauze, Sie, 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 Troublemaker! Oh, jetzt bin ich getäuscht. Oh, jetzt bin ich getäuscht. Oh. Warte mal, wie geht es da? Feuer? Warte mal, wie geht es da? Äh, du bist das einzige was schaltet. Warte mal, wie geht es da? 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 Bäm! Oh, dass das nicht ausschaut wie der normale aus dem alten Sigmund Mann ist, schade. 24 und 2200 Kohle. Warte mal, wie geht es da? Warte mal, wie geht es da? Warte mal, buddy. Oh, now what? Warte mal, wie geht es da? Das Problem könnte sein, dass die Probleme in der Kirche sein könnte. Keine Ahnung, das könnte alles immer wieder sein, aber ich war nicht mehr so sicher. Und ihr alle scheint so zufrieden, dass etwas zu tun könnte, also... ich wollte zu checken, aber dann wurde ich attackiert. Und hier, ich dachte, dass du uns wieder erschrocken war. Schön, dass wir dich zu verändern, zu verändern. Das ist eine Art Art. Das ist eine Art. Destin nicht nur in deinem Kopf, jederzeit. Vielleicht. Aber du kannst nicht herausfinden, was die Wurzeln von blühen, oder? Ja, wir sind definitiv nicht die Experten in der Kirche. Aber wenn in der Angst, ist es besser zu fragen. Julay, du kennst dich wo die Elemente von Wood ist? Dreiheide? Easy peasy! Let me give her a ring. Oh, Triad! Oh, yes! Um, hello! Jeepers! You got here fast! Were you nearby? Oh! Forgive me! Das ist zu sagen, ich war für dich für dich, Julay. Aber dann habe ich gesehen, du warst mit Grappler-Vine, mit Grappler-Vine, und nicht sicher was zu tun. Oh dear! The Alms! Oh dear! Please excuse me, I am known as Dryad! A particular pleasure indeed, Dryad. We were just inquiring as to your whereabouts. Yes! I could hear you from over there, and I think I may know what caused all of this fuss. As Julay guessed, Grappler-Vine was the one behind it all. It absorbed all the nutrients from the plants, stunting their growth. That's why the flowers wouldn't blossom. Well, the monster is gone now. So that means... The flowers! My friends! Dryad, this is great! There'll be an Alm after all! Mm-hmm! We can expect the blooms at any moment! Gee whiz! There's still so much to do! I have to get ready to welcome the fairy. Meet you back in Verdeus! He's got some spring in his step now! Could I ask you, Albs, and you, Sir Solgard, to join Julay? Sure! Irregular as the situation may be, you will be one of the few pilgrimages to see the flowering first hand. That should count for something, I think. Julay is in a better mood. I guess he gets brouchy when he's worried. Lucky for us. For now, let's head to the appointment ceremony of the Alm of Wood. Dryad, come on! Shake a root! Again, my apologies for the delay. I was considering Verdeus' future, and consulting with the denizens of the woods and such. Now then, let me see... With this spring breeze, I bid the trees awaken! Loop forth! Huh? Whoa! Nein! Ah! Haha. Oh, unexpected! Keine Wurse auf den Blasen, sondern eine Wurse zu flüssig auf deiner Kopf! Ow! Blossom- und bräuchig Jule! Mit der Gnade des Mannes, ich nennen Sie die Ulm des Wooden. Ah, diese Wurzeln ist diviniger! Meine Hibernationen Freunde haben nicht geflogen. Ich habe. Ein stolter Kustodian wie ich und Ulm. Ich dachte, nur Dormant Sproutlings war es zu blösen. Oh, ja. Du siehst? Ich wollte dich aus dem Anfang wählen. Das ist warum ich mich für dich suchen. Würde du, Julay, sein mein Emissary in der Mannetrie und erfüllen die Aufgabe der Ulm des Wooden? Hahaha, du hast es, Triad! Oh, aber... Wenn ich der Ulm des Wooden bin, wer will stay to tend and water my sleeping friends? They could brown or shrivel up and wither without proper hydration. I... I can't leave them alone like that, Dryad. That'd be worse than any disaster that could befall Vertius. Julay? Oh, come to us. We have a message for you. Wait, that's... Julay? What's wrong? I can hear my friends. They want to tell me something. Come on, let's go talk to them. I didn't notice anything, but I guess Julay could hear the voices of his friends. Better stick with him and check this out. Ja, okay. Okay. Ach, der will die zu ihm was sagen. Julay, you kept us company with your joyful singing. We asked Triad to choose you as the Om on our behalf. That monster in Milo's Woods has been draining us of our manna. We have nothing to spare on our bodies. Grapple vine is defeated, but it will take time before we can bloom again. Too much time to avoid the destruction of the burrow. But what will you do without a custodian? You'll dry up. Don't worry about us. Things will work out. Believe in the future of the burrow. We need you. We need you to convey the wishes of the sproutlings to the manna tree. But you've all waited so long for the chance to be an Om. I can't take that honor away. Then use this, and together we will see the future flourish. Hmm. Wowee. The elemental vessel. Triad sprig. Oh, dear. So that's where it went. We forgot to return it before we went to sleep. Sorry. But now that our work here is done, I think it's time to go back to sleep. Enjoy the night. The manna tree, Dulé. We'll see each other again. Take the words of encouragement from your countrymen to heart. You're lucky they can see you off on your journey. There was no one left in my hometown of Etern to wish me luck when I left with Val. But maybe, just maybe, there's a chance of bringing some life back to the parish if I complete the alms duty. That's my hope, at least. Morley's right. It would have been nice to leave the Vale with everyone's blessing, but sometimes it doesn't work out like that. Everyone at home always told me I wasn't fit to be an Om. But this journey has given me a lot to think about now that I'm here. And this from the person lecturing me about alms and duties just a moment ago. Hmm. Sounds like the pilgrimage hasn't been easy so far. Thanks. Thanks for putting up with me earlier. I look forward to our journey together. As short as it is. The manna tree is just over there. After all. Happy to have you, Julie. Oh. What are we going to do about the greenery blocking our way out of Verdius? Um. Um. I apologize. That was my doing. I wanted to ensure that the path to the manna tree was protected. I will clear the way. Please give me a moment. The manna tree is so close now. Though. Though. I shouldn't get ahead of myself. Orin's still out there. Whatever I can do to prepare. I should do it in the borough. Oh. 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 Cool. Honey knew that. It is really good for you. That impl어요. Oh my stomach. Oh. Mal schauen was aus ihr wird. Da frisst ein wenig Holz dann wieder zum Geheimnis. Das ist die Holz-Klasse. Aber jetzt haben die alle so ein Hütchen. Er ist halt echt so angelehnt. China oder so. Schaut ganz witzig aus. Warte mal, damit ist es stärker? Nur mit Feuer oder Schaolin ist es stärker? Ja, dann könnten wir das eigentlich fast mal lassen, aber wir müssen trotzdem mal durchwechseln, um zu schauen, was die anderen machen. Und dann haben wir halt noch 10 Klassen, was wir beim Juulay freistellen müssen. Gefühlt 10 Klassen. Zorro? Ah, Ronin. Oder? Könnte Ronin sein. Ok, Samurai. Schau nach Ronin aus. Das ist ein Wegelager halt, oder? Ne. Samurai und eine Heimat? Irgendwie sowas. Oder wandern da Samurai, glaub ich. Bären-Tätzchen. Na klar. Nein, sie hat diese Fuchsohren. Ist das Proof of my new power? Äh, Masken-Spielerin? Äh, war das Ninja? Ich glaub schon. Sie war, sie war, äh, Montseherin? Nein, hier wollte ich das Ding ergeben, ne? Okay. Äh, jetzt muss man hier erstmal durchgehen. Okay, Kraft des Windes. Boah, ich find die Outfit scheiße. Ich hoffe, die kommen gut ist irgendwo. Ist einfach zu puffig, das Outfit. Da ist zu viel drin. Da, schau doch schon wieder besser aus. Was ist das da? Ein Regenschirm? Es ist ein fucking Regenschirm. Wobei der Hut schon echt... Ist sie, verdammte... Ich fühle mich stärker als immer. Ist doch echt ein Ding, oder? Von dem Löwenzahn, so ne... Pusteblume oben drauf. So, mal schauen, was der Kraft des Mondes ist. Woa, was ist das neue Kraft? Das ist ein Kultist, Alter. Und das erste Mal Flötenspielerin. Die hatte einen Schirm? Der hatte einen Schirm. Ah, das sieht aus wie ein Traveler. Oder wie so ein Geländer. Ja, wie so ein... ...Schola. Das ist, glaube ich, auch nichts anderes wie ein Gelehrter. Ja, ein Gelehrter halt. Ein Mini-Rucksack mit der Karte oder so. Cool. So, Feuer, größte Fein. Steht halt auch Gelehrter dort. Hahaha, geil. Wow, was ist dieser neue Power? Was zur Hölle ist denn ein Hartschirm, Mann? Gut, dass kein Charakter mehr dazu kommt, Alter. Aber sonst... Sag mal, wir kommen die... ... wir kommen die... ... und dann zwei noch, Alter. Dann kann es einfach noch... ... ne Stunde, weil bloß die Charaktere durchgehen. Auch wieder ein Hartschir. Das schaut aus wie so ein orientalischer Krieger, ne? Ich fühle mich stärker als immer. So, schauen wir mal, was, äh, Dread macht. Das sieht eigentlich schon genauso aus wie jetzt, halt. Das sieht aus wie ein Gelehrter. Wow, was ist diese neue Power? Okay, er kriegt auf jeden Fall ein Land. Haut am meisten rein. Haut am meisten rein. Hab ich das jetzt wieder ausgerüstet, abgerüstet? Ja. Das sieht, wie kommt Mondseherin. ... Wobei Schaolin schon mehr Energie abzieht, ne? Magieangriff ist mit Tänzerin relativ hoch. Oder mit Medium. Ja, das ist noch ein Medium. Wir haben da beide, die mehr mit Magie angreift. Bei ihr ist Maskenspielerin 14. Ne, sie ist eher die Magieangreiferin, ne? Damit hexet sie die schon um einiges mehr. 134 Magieangriff, Alter. Na, wär er mit ihr Schaolin eigentlich besser, ne? Ja, und bei meinem brauch ich gar nicht anfangen. So, er hat Angriff am meisten. Aber da ist eigentlich wurscht, was du nimmst. Das ist bisschen, was man mehr bekommt. Und bei ihr, äh, ihm, ist auch wieder Magie eigentlich, ne? Da wär dann eher was wie das da besser. Wobei das schon hart schier ist wieder eher mit Magie, äh, Verteidigung. Ne ganz schön bunte Bande. Warte mal, warum ist er nochmal? Achso, ja, bei ihm wollte ich ja schon, äh, äh, Ding nehmen. Na, er doch. Samurai. Wobei ich gern das eigentlich hätte, ne? Aber gut, Verteidigungsding ist eigentlich auch nicht schlecht. Hä? Hä? Achso, das ändert sich in der Sequenz noch nicht. Erst zu der nächsten wahrscheinlich, ne? Da kommt es dann in der Heilung raus? Achso, ne, der ist einfach nur so da. Resonant! Danke für das Pick-Me-Up! Willkommen! Verrug deinem Leid. Hä? Ahne für Sperr-Klasse wärste dann, aber Shaolin ist dann schon stärker. Was hat sie jetzt gerade eigentlich? Ist ja wohl wieder ein Flegel, ne? Alter, er hat doch jetzt Katana, Alter, bin ich jetzt ganz bescheuert. Ja, dass das nicht angezeigt wird fällt mir zuerst immer auf. Fetter Hammer, Regenschirm, Zepter. Hat er dann schon seine Ausrüsterei? Geht gut. So, verkaufen. Rapier, ausrüstet, Metrieglinge, Sonder-Schwert nicht, Metrieglinge, Zepter, Blablabla, Prinzessinnenfregel. Okay. Come back again sometime. Okay. Dryad, we made it! Oh, good! I shall open the path for you. Heave, heave, and a whoosh! Heh. There you are! We have come upon the far corner of Milo's Woods. Once we get out of here, our goal should be in sight. Um, excuse me, Sir Soulguard? Beyond these trees is what is known as the sanctuary of manna. Ah, unfortunately, only the Alms are permitted to enter. The Soul Guard cannot go past the entrance. Yeah, I know. Either way, first I have my duty to Hina to fulfill. I will get her Core Stone back. The Merchant Sisters saw Oren when they were going up the Jack Tree, right? You're not gonna wait for him here, are you? If only we had an idea of his plans, we could try and head him off. I don't know the fella, but if this Aaron went to the trouble of climbing up to Lucia, he probably wants something from the Mana Tree, right? Why don't we stick together, at least until we reach the entrance. Who knows, maybe he'll come to you. You're right. Let's forge ahead for now. Oh, don't be safe on your travels. There is a barrier around the Mana Sanctuary. The Alms are able to cross it. I am afraid. What? Really? But what if we get surrounded by monsters and we don't have vow to take them on? Don't worry. No monsters can trespass in the sanctuary. Sounds like Morley did his research. The Goddess protects the Sanctuary from monsters with that barrier. Milo's woods and the Sanctuary of Mana are all a part of the Spirit Realm. Or they were at least. The what now? Spirit Realm? Well, it's a Realm, but for Spirits. It's where Elementals and Sproutlings came from. In the past, it used to be separate from the Mortal Realm, where humans live. The Mana Goddess used to be able to protect the Spirit Realm from monsters. But when all the realms merged, that changed. Merged, you say? Yep. Once Monsters began to emerge in Milo's, the Goddess had to create the barrier to protect the Sanctuary. It's really strong. Strong enough to protect the Goddess in the Mana tree. So don't worry. There's no way, a silly monster could break through and get us. Oh, oh, oh. Well, okay then. If you're sure. Every place we visit is unique. Under the cliffs was not nearly as unsullied as this climate. We are pretty close to the Mana tree. Plus, barely anyone but the Conway of Arms ever passes through here. Not people, but it looks like Monsters should do. Tread carefully. Tread carefully. Taking this? Power of Mana! Are you fond of music, Jelay? Sure am. I've composed 1460 original songs to date. 1000? 1460 songs? How bored were you? Never! 2560 songs an única minus 1 serum fish in the blue bar Ah, oh. Turns out, it looks fatal too full of meat. warte mal wächst die hier ranke ok ok oh 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 that's probably what he's thinking about huh what this one does taking this we've got some syrup let's plan our next move yes come forward take it away got some syrup jule don't your feet hurt from walking on this terrain without shoes huh why would they hurt these feet were made for walking what about you don't your feet get tired of being crammed in those things all day i never thought about it like that take this huh what 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 for i jule so Wir haben euren Unterstützung! Bekommen! Wut? Legsurfing! Wut? 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 Wenn sie einen Charakter anfügen können, dann wird es schaden zu geben. Wow! Wir sind im Mittwoch einer Wurz. Aber es sieht aus wie der schadene Skye. Oh, das ist richtig! Nicht viele Pflanzen glähen auf der Kante. Vielleicht sind sie schön, aber versuch nicht, dass sie unter den Pfeilmarschen fallen. Notiert. Dann werden wir zu den Tretrunkchen und den starken Verwaltung der Geist der Spirit. Aber da fällt mir was ein. Super! Bleib auf! Wir haben nur angefangen. Super! Bleib auf! Good job, Babe! Wir haben einen stärkeren Tag über Tag. Ich bin auf der richtigen Weg. Meine Horizonten sind aufgeräumt. Wir haben nur angefangen. Good job, Babe! Ich habe einen stärkeren Tag über Tag. Ich bin auf der richtigen Weg. Meine Horizonten sind aufgeräumt. Äh... Können wir das eigentlich zurücknehmen? Ich bin aufgeräumt. Ich bin aufgeräumt. Die Elemente sind überall um uns. Ich bin aufgeräumt. Ich bin aufgeräumt. Mondsichel. Ich bin aufgeräumt. Ich bin aufgeräumt. Die Elemente sind überall um uns. Ich bin aufgeräumt. Ich bin aufgeräumt. Die Elemente sind überall um uns. Warte mal, das hab ich auch schon? Ach da ist wieder ein... Also das ist kein, kein cooles Ding Weil der so lahmarschig wächst Wow Du solltest nicht hier zu lange bleiben Hat den keiner an die Ding-Magie? Warte mal! Warte mal! Grizzly!